So, weiter geht's auf der Suche nach. Ein Weg da rein. Ich denke, ich hab einfach irgendwo was übersehen. In dem Teil. Also gucken wir mal nach. Das kann ja nicht so schwer sein. Aber wohin muss ich? Muss ich da drüber gucken? Ja, ich hätte auch einfach warten können, dass mir jemand mir in die Hilfe schreibt, aber ich hätte einfach Lust aufzutauschen. Also, Autsch. Außer in einem Kabel gezogen. Sollte dir jetzt ein komisches Geräusch gehabt haben. Mh, 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 mh. So. Hier runter? Äh, wo muss hier noch was sein? Da glaube ich nicht. Da war nichts. Ich sehe da immer noch die Schlangen. Oh. So was offensichtliches. Warum hab ich das vorher nicht gesehen? Das ist so billig. Aber wie krieg ich die Tür auf? Oh. Ganz einfach. Ein paar viele Schlangen. Warum ausgerechnet Schlangen? Ah, da ist noch einer. Gut. Das Rätselstlösung hätten wir. Es ist eine Tür. Aber ich scheine sie von dieser Seite nicht öffnen zu können. Hm. Ist ja auch egal. So. Ah. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt passt das auf jeden Fall. Aber wie krieg ich die Tür auf? So. Nein. Es ist eine Tür. Aber ich scheine sie von dieser Seite nicht öffnen zu können. Hm. Gut. Gucken wir mal. Ob wir hier irgendwie weiterkommen? Ha. Ich muss mal hier hochkommen. Was ist das jetzt? Ein... Äh. Smaragd. Erdbeben. Ich habe hier nichts gebracht. Weil ich da ja nicht durchkomme. Machen wir hier mal Licht. So. Ah, so rum. Und? Hoch da. Das war doch eigentlich so einfach, das zu finden. Ich bin aber zweimal dran vorbeigelaufen. Zweimal habe ich die Schlangen gehört und zweimal dachte ich... Nee. Zünd an. Indy. Zünd an. So. Diese Mechanismen sind eigentlich so undulisch, aber trotzdem habe ich lustig. Äh, genial. So. Wie ich mir gedacht habe, dass das hier grün sein muss. Aber... Was das hier mir aussagen soll? Keine Ahnung. Bestimmt nicht so wichtig. Oh. Ah. Was haben wir denn hier? Eine Statue. Dafür war es da. Gut. Dann können wir hier raus. Ich finde es immer noch komisch, dass der Mechanismus nur mit dem Auge... Äh, nur mit dem Licht funktioniert. So, das Auge müsste ich noch haben. So. Das hätten wir ja. Hm, ich wollte gerade eben schon Fix Me eingeben, weil er sich nicht mehr bewegte. Das Auge brauche ich bestimmt noch irgendwo für. So. Und rein da. Ah, ich habe da noch Schlangen gesehen. Hm, ich könnte mir den Schatz da oben noch holen. Es interessiert mich jetzt, wie viel Schätze ich denn habe. So. Zack. Ist ja nicht so schwer, den Schatz hier zu holen. Ah, was ist das? Oder... Oder auch nicht. Dann sagt er mal, was ist das denn jetzt? Oder so. Hm, hm. Zack. Da unten war irgendwo eine Schlange. Naja, ist noch rain. Das Rad daran machen. Und rein da. Dieses Ding könnte noch funktionieren, wenn es Treibstoff hätte. Ach. Benzin. Benzin. Wo habe ich mein Auto geparkt? Ähm. Ich glaube hier hinten. Da haben wir den Benzin-Kanister. Etwas Benzin. So. Und jetzt geht's auf in die Mien. Mitunter mein Lieblings-Level. So. So, mit Benzin füllen. Alle an Bord. Ja, dann geh doch an Bord. Los. Level abgeschlossen. Und? Ich hab neun Schätze gefunden. Einen hab ich übersehen. Ah, ist ja auch er. Fertig, ich kaufe wie immer nichts. So. Und wir fahren, fahren wir denn überhaupt hin? Mal gucken. Hm. Dong. Ich will erst mal gucken, ob wir die Strecke inspizieren. Ah, jetzt bin ich im Kreis gefahren. So, dann laden wir nochmal den Start und bremsen direkt. Raus. Ich muss einen besseren Platz finden. So viele Schlangen. Weg hier. Und alle Schlangen töten. Indy, vor dir. Boah. Warum zählt der hoch auf die da hinten? So, da lebt aber noch eine. Stirb. Geht doch. Hä? Hey, soll ich die Waffe wegpacken? Hoch da, Indy. Geht doch. So, was haben wir denn hier? Können die Balken mitnehmen? Hm, nö. Ist hier noch irgendwo was? Sieht schlecht aus. Also, weiterfahren. Nächster Halt. Keine Ahnung. Na, hier ist gut. Hier halten wir mal. Hm, doch. Ich bin dafür, Indy. Hm, von hier aus hat Horner also seine kleine Eisenbahn gesteuert. Ich wette, die Hebel stellen die Weichen um. Gut erkannt. Aber ohne Strom kann ich die Weichen nicht umstellen. Also muss ich erstmal einen Weg finden, hier Strom reinzubringen. Da fehlt eine Sicherung für. Oder so. Was haben wir da? Hm, hübsches Kind. Hehe. Was ist das jetzt? Ein Verbandskasten. Einer von den tausend Verbandskästen, die du eh schon mal hattest. Hm, hübsches Kind. Hm, hübsches Kind. Dann war das in Tomb Raider, wo man mit der Schaufel gegen die Weichen schlagen musste. Oder sowas. Oder sowas. Ja, sie hat sich geöffnet. Was haben wir denn hier? Eine Sicherung. Eine 50 Ampere Sicherung. 50 Ampere Sicherung. Hm, hm. Hm. Nehmen wir mal die Schaufel mit. Können wir nicht? Den Eimer? Können wir auch nicht? Aber ich möchte da nicht drauf schießen jetzt einfach. Na los. Das ist nur ein Schatz. Was ist das? Eine Statue. Na gut. Das ist nichts allzu wichtiges. Was haben wir denn hier noch? So drin. Hm, hm, hm. Das sieht cool aus. Hm, das könnte wichtig sein. Könnte. Und hier? Ja, da fehlt was. War klar. Also hier muss ich wohl nochmal hin später. Ich dachte, da wäre was oben in der Ecke gewesen. Gut. Gucken wir nochmal, was wir hier oben haben. Kann ich die Kiste ziehen? Nein. Haben wir hinten was in der Ecke? Ja. Einser vier. Gut. Und mit der Lore geht's beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin, ich bin deinem Kane, Diana Jones. Vögen Priorität. Warte de mir vous 어느 one. Und innen. Nicht Bloggerie. Ingers. Werte. Ich bin der Zahn. aus. Wie gesagt. Ich bin. Dava.